so und weiter geht es bei der mission das interview wir müssen zunächst erstmal hier den helden den überlehmten befreien by the way ist hier mercer jetzt auch mal als speer unterwegs eigentlich eher an die serie angelehnt wo er dann auch eher mit dem messer losgegangen ist und hier spawnen auch direkt immer überall noch ein paar beise ich glaube es war noch ein zweiter tank der hier gespawnt ist wenn ich mich nicht irre werden wir gleich sehen in der richtigen mission habt ihr dann natürlich an der stelle wieder drei überlebende am start da wäre es durchaus auch sinnvoll wenn beispielsweise exekiel der sich hier noch ein anderer bei so kommen könnte die zum beispiel wegschieben könnte oder ja jumi co ist natürlich auch eine gute alternative könnte natürlich auch nur so prinzess und jumi co spielen das wäre dann eigentlich die variante wo überhaupt nichts schief gehen könnte ja aber eigentlich nur eine katzen mission die vielleicht das geringste problem in dem website sein sollte und ja das war es eigentlich schön zur mission das interview